Da, guck! Guck, wie sie runterstolziert! WalkBuddy hat zusätzlich ein integriertes Radio. Weißt du, wir kriegen damit die Schraube auch ins Holz? Ich bin ein alter... Das beste Format auf YouTube. Herzlich willkommen zum besten Format auf... ...Kyper reagiert... ...unterreagiert mit... ...euren Haus... ...und... ...Kat! Ja, krass... Mediashop präsentiert WalkBuddy, den revolutionierenden Keystock, mit dem sie aktiv, mobil und absolut sicher unterwegs sind. Endlich können wir zum Edeka. Ohne, dass wir hinfallen. Oder Phil aber auf Scheiße ausrutscht. Du hast ein WalkBuddy gekauft, wie alt bist du? Pass auf! WalkBuddy mit LED gekauft? Weil, pass auf... Warte, warte, nein! Hear me out! Ja! Das Ding hat ein Feature, wo ich Paul schon im Park mitsehe. Da kann er Party machen und Co. Lass laufen! Ach, das ist genial, ja. Und... Stopp! Guck mal, der hat einen USB-Anschluss. Festgriffen. Radio. Da kann nämlich Paul Putty machen. Radio? Ich hab den WalkBuddy noch nicht in die Hände geraten. Ich bin da fest überzeugt. Dieses Radio wird jede Boombox, jede Bose Soundbar, alles wegknüppeln, was du bisher in deinem Leben hattest. Das ist doch ein gutes altes FM-Radio, damit kann ich noch NDR 1 hören. So, mein Moin, der YouTuber im Alternativ macht jetzt eine NordVPN-Färbung. So, und jetzt kommen wir zum Sportwetter. Sportwetter? Moi, Leute, Trimax hier. Das ist Brasilien, ne? Wetter ist nicht gut. Gar nicht gut. Läuft nicht gut da. Aber das ist doch gar nicht Brasilien. Das ist Deutschland. Ich glaube, das wissen die Websites und Apps, die ihr benutzt, nicht, wenn ihr NordVPN verwendet. Dank NordVPN könnt ihr so nämlich geo-gelockte Inhalte genießen, von wo ihr wollt. Netflix-Japan hat zum Beispiel ein paar Anime mehr. Klingt jetzt auf den Ersten in der Videobeschreibung oder im angepinkten Kommentar. Und für die, die gerne noch selber tippen, NordVPN.com slash malternativ. Mit dem Code malternativ könnt ihr jetzt im Special-Cyber-Deal ordentlich absahnen und 68% bei einem 2-Jahres-Plan sparen, einen Monat glades On-Top kriegen und ein Überraschungsgeschenk bekommen. Was könnte das nur sein? Und mit der 30-Tage-Geld-Zoll-Garantie gibt's dabei quasi kein Risiko. Warum man überhaupt ein VPN benutzen sollte? Cookies. Aber mit NordVPN findet das Krümel-Monster eure Cookies nicht, weil ihr die versteht auf der ganzen Welt. So schaut's nämlich aus. Krümel-Monster hier? Ja, das findet ihr den Weg niemals zurück in die Sesamstraße. Ja. Also, klickt auf den Link, gönnt mir und vor allem gönnt euch. Sagt doch, die sollen auf den Link klicken. Was ist das denn? Ja, dann klickt doch auf den Link. Warum? Weil wir dann Geld kriegen? Ist das richtig? Was ist das denn? Dich verheilslicht, wenn du SOS blinken willst, wenn du mit deinem Walk-Buddy in den Graben flinkst. Ja, blei... Ach, besoffen. Lass uns... Ich brauche meinen Walk-Buddy, Alter. Der ist da unten. Der ist da unten. Rutschfeste Fuß. Denn ich habe heute rutschfeste Sonnen... Oh, die riechen irgendwie ziemlich... Rutschfest. Spicy. Rutschfeste Fuß mit vierfach Profil. Sorgt viel perfekte Stabilität. Nein! Boah, sieht das billig aus. Nein! Oh, auf Sand! Hier ist auch ideal auf... Guck, wie sie runter stolziert! Hier der Beweis... Woaaaaa! ...hat unter dieser 110 Kilo schweren Palette zusammen. Achso, das war er noch gar nicht. Das ist der Walk-Buddy... Woaaaaa! Zeig mir doch mal die Paletten mit leeren Kisten. Was ist das für ein Test, Alter? Du musst mal darauf achten, wie sehr die Kisten umwackeln. Was bedeutet, dass da nichts drin ist. Achte mal drauf. Alter, der Typ sieht aus, als würde er wirklich gerade jemanden ermorden. Der sieht richtig ready aus. Hält's an. Guck mal da! Licht! Anstatt abends. Umständlich, weißt du. Seit hunderten von Jahren, ne? Machen die Leute, wenn sie nachts durch ihr Haus gehen, den Lichtschalter an. Damit ist jetzt Schluss. Das brauchst du nicht mehr. Man könnte diesen Schalter benutzen, der das Licht oben anmacht. Damit man nicht mit seinem scheiß Walk-Buddy die Katze blendet, Alter. Was beleuchtet das jetzt? Die Wand da? Ja, damit du weißt, wo die Kante kommt. Sonst tust du dir das Knie weh. Wenn sie sich schlecht fühlen... Guck mal! Oh, die Frau stirbt noch. Die ist wirklich gestorben, die Frau. Die sind beide schon längst tot, Alter. Also erst mal tilt mich, dass der Anknopf falsch rum drauf ist. Was soll das? Walk-Buddy hat zusätzlich ein integriertes Radio. So können sie auch unterwegs Musik oder Nachrichten hören. Wer hat hier sein beschissenes Radio wieder so laut? Und ultraleicht. Trotz all dieser Funktion kann man den Sinn verschoben. 39,90 Euro. Herzlich willkommen zum besten Format auf YouTube. Ja, der Walk-Buddy. Da denkst du, ne? Da kippst du um, da fällst du auf. Jetzt habe ich auch erst den Namen verstanden. Walk-Buddy. Walk-Man. Es kommt von Walk-Man. Weil das ist ja der Walk-Man. Bapp. Kassette rein. Unterwegs Musik. Der Walk-Buddy. Ist halt freundlicher als der Man. Ist halt ein Freund. Nein. Aua. Jetzt kann er nicht mehr laufen. Aber... Hallo. Mein Schiefbein, Alter. Können auch Sie nicht mehr laufen. Kein Problem. Da haben wir doch was. Hier. Aua. Was ist das passiert? Ich hab damit ja auch nicht gerechnet, dass dieser Scheiß Walk-Buddy 20 Sternen-Buddy ankommt. Danke dafür im Ideashop. Aber glücklicherweise habe ich heute Morgen ja Beine trainiert. Grüße gehen raus bei meinen Trainer. Hat er mich gequält? Ja. Ich kann nicht mehr gehen. Aber das ist ja kein Problem. Denn wir haben... 7 Euro Nachnamengebühren. Und ich kann bei dem nicht mehr mit Katte zahlen. Ich muss zum EC-Automaten gehen. Wir brauchen doch die Walk-Buddy. Wir brauchen Geld. Hat jemand Bargeld? Oh, guck mal. Paul hat alle sein Vermögen. Wenn wir dreimal das Euro-Zeichen haben, haben wir eine Chance auf 100.000 Euro. Was ist das denn? Oh. Ja, eine Kreuzfahrt. Ja, toll. Ja, Geld. Jetzt muss Kreuzfahrt oder Geld kommen und wir sind noch im Spiel. Ja, Geld. Wir sind noch im Spiel. Kreuzfahrt oder Geld. Ja. Wir haben eine Chance auf 100.000 Euro, die wir nie gewinnen. Weil jeder kriegt diese Chance auf 100.000 Euro. Last-Tier mit 4 Buchstaben. Esel. Blume mit 4 Buchstaben. Hose. Nicht-Alt mit 4 Buchstaben. Jo. Freundlich mit 4 Buchstaben. Nennett. Stacheltier mit 4 Buchstaben. Igel. Gewonnen. Lauf... Das ist eine geile Sache. Dafür haben wir jetzt aber... Was willst du hier? Walk-Buddy. Freund zum Laufen. Gott. Wenn man keine echten Freunde hat. Hallo. Na, 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 na. In so einer einzelnen abgekribbelten Müllschüde. Das ist so für ganz kleine Leute. Igel. Oh Gott. Das ist... Fein aus. Fein aus. Fein aus. Boah, das ging aber schnell. Muss ich das jetzt noch zudrehen? Nee, der ist... Der hält... Nee, der hält doch nicht. Das ist doch... Idioten hier. Mann, du hast die Walk-Buddy-and-Walk. Okay. Also, wir haben in der Werbung ja gesehen, das hält überall. Steingut. Ja, das ist ja... Der Rasen. Boah, Alter. Das ist aber super. Mein Gott, Alter. Ich halte mich fest. 150 Kilo soll das halten? Da kommen ja beide drauf, ne? Oh! Philipp. Alarm. Die Polizei kommt. Mit dem Knüppel. Magst du das? Das ist der Walk-Buddy. Hör doch mal auf. Das ist sehr nervig. Muss ich sagen. Das ist immer dieses Licht. Die strahlt das... Licht. Auf... Auf dem Boden. So, jetzt machen die alte Ohren nach. Stopp. Seid ihr meine grusel Geschichterzeilen? Nee, der leuchtet... Ja, der leuchtet schon ein bisschen da oben. Aber das ist schon eine... Guck mal, das ist auch so eine... Wenn wir mal eine Taschlampe brauchen. Was ist das für ein Fleck? Das sieht gar nicht so scheiße aus. Hinten der Walk-Buddy-Metergrund ist großartig. Ich hätte ein Walk-Buddy in der Nase. Das ist ja, wenn man seinen Golfschläger verliert. Immer da weg. Ich will dich nicht hauen. Ich tu das doch nicht. Eingeputtet. Kannst du mal Party machen? Ja, klar. Ja, ich mache das Radio an. So, jetzt viel Spaß beim Endensträler finden. Wir im Zwölfgang. Warum redet der über Strafverfahren während wir hinhalten? Weil das Deutschlandfunk ist. Die haben sonst nichts zu erzählen. Ja, cool. Das ist geil. Ich habe den wieder kaputt gemacht. Kannst du eigentlich auch eine SD-Karte reinmachen oder so? Und dann eigene Musik abspielen? Junge, sieht das so aus, als könnte ich das. Ich weiß nicht. Das sieht nicht aus, als hätte das ein Radio, also... Wo waren Sie Sonntag um 7 Uhr? Das ist echt geil. Ich mache dich blind mit dem Walk-Buddy. Das ist auch eine Funktion. Wenn jemand eingelaufen kommt... Kann man zum Müll mit wegbringen? Das ist ja großartig. Oh, das... Da ist kein Müll. Stopp. Oh no. Ich bin hingefallen. Ich muss mal eben... Wo ist der Scheißknopf? Hallo? Der macht das nicht mehr. Ja, warte, komm. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem gelöst. Alarm. Oh, krass. Jedes Mal, wenn jemand vor mir ist, der einfach den Weg nicht fremacht, dann glaube ich einfach so... Entschuldigung. Ich muss mal durch. Entschuldigung. Entschuldigung. Wenn man ein ganz besonderer Mensch ist und einen sowas auch nicht stört, ist das ja nicht nur ein Kriegsstock, sondern man kann es natürlich auf eine entspanne Sitzhöhe machen. Und sich ganz gemütlich... ... ist richtig, richtig tief drin gerade. Meinst du wir kriegen damit die Schraube auch ins Holz? Was? Ich habe sie erwartet. Hier war ein Mücke Und dabei kann man jetzt theoretisch auch Radio hören. Schau mal auf, bitte. Ich glaube, ich habe es kaputt, aber es geht mal. Es ist wieder mal ein absoluter Erfolg. Geiles Produkt. Paul, weißt du, wo ich die alten Knacker sehe? Das Leben ist kompetitiv. Walkbodyflip. Meinst du, was gibt es Sinn, den so zu flippen, dass der stehen bleibt? Hat Philipp so geschnitten, passt schon. Ist der Leselicht an? Radio. Komm mal, Alter. Unser letzter Praktikant. Auch als Schlagstock geeignet. Nein. Komm ich nicht so an, wenn du über Verbrugeln redest. Kauf sie nicht. Philipp, meinst du, der sagt, der Walkbody ist gut? Ich glaube, das muss er sagen. Warum gibt es da einen Chatter einfach auf den Kopf? Das Ding ist, meine Oma ist ein bisschen schwer. Es ist natürlich auch möglich, dass zwei Stöcke gleichzeitig benutzt werden. Akimbo. Akimbo-Style. Ist das Radio im Akimbo-Style dann Stereo? Ich werde mir von der Seite gebannt. Den Stöcker nicht connecten, aber es besteht die Möglichkeit, dass nur bei einem Stock das Radio aktiviert wird. Also, wenn man die nicht connecten kann, will ich keine zwei. Gibt es noch mehr Teleschirping-Videos? Klickt drauf. Da hat euch der YouTube-Algorithmus was empfohlen. Und da. Nicht die Pömer. Nein. Aua. Welches Produkt fand es dir besser?